so hallo liebe wesen das hier ist aufnahme session 3 von divine technology modpack und zwar die c block technology map ok nein das war wieder grausam ich schaff das nicht aber ich lerne grundsätzlich ich habe gemerkt dass ich letztes mal also ziemlich leise war und halt die ganze zeit grundsätzlich nur gemurmelt habe und man versteht mich schwer und die minecraft sounds waren ziemlich laut also werde ich versuchen ein bisschen lauter zu sprechen diesmal aber ich kann jetzt nichts versprechen grundsätzlich sind auch die minecraft sounds jetzt ein bisschen leiser also wird wahrscheinlich das so sich dann ausbalancieren damit man mich insgesamt dann besser versteht also ja letztes mal habe ich diese leise nach unten gemacht und angefangen die mob farm zu bauen und ja ich baue einfach weiter an dem also grundsätzlich diese plattform ist hier schon hingestellt aber die spawning plattform selber ist noch nicht da was ich genau noch machen will ist also das hier ist für 9 diese wo sie runterfallen das habe ich schon letztes mal geschaut also werde ich auch dann hier diese höhe bis zu höhe 29 stellen 25 ok warte ich habe wenig luft nein 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 ich krieg der mensch nein das will ich nicht 25 25 27 27 28 29 29 ok noch ein block so ich will dass auf diesen block die mobs sich dann spawnen also habe ich noch einiges anstruktur zu bauen ok es ist wieder ins wird runtergefallen kein essen gedroppt diesmal aber inksax wie immer ich achte jetzt mehr auf mein sauerstoff damit ich jetzt nicht ertrinken denn ich will ja nicht sterben ich habe ich habe ja kein essen also kann mich kann ich meinen schaden den ich hier erleite überhaupt nicht zurückhalten ok und ich habe kein cobblestone mehr das heißt ich muss wieder cobblestone farm gehen aber ja grundsätzlich eine krakenrüstung der eben in diesem fall ganz nützlich denn dann müsste ich nicht auf sauerstoff achten dann würde ich generell leichter überleben auch nicht nur wegen den rüstungspunkten sondern auch wegen dem water breathing also das hier ist wirklich etwas das verlange dauert bis ich es habe aber wenn ich es habe wird das sehr gut für mich sein also ja diese koppelstner die lasse ich noch drin koppelstern farm bei der lauten beim lauten koppelstern generator okay was ich auch eine idee bekommen habe ist also meine idee ist dass ich ein bisschen hier cobblestone lasse in der kiste dass wenn ich sterbe denn ich merke ich kriege ja manchmal damage und ich habe was also ich verhunger gleich dass wenn ich sterbe dass ich ein bisschen cobblestone zur reserve habe damit ich mir die spitzhacken und so kraften kann damit ich eben ja nachdem ich sterbe keine holzspitzhacke benutzen muss ja alles das nur damit man keine holzspitzhacke benutzen muss okay ein bisschen cobblestone geholt jetzt mache ich weiter mit der mob farm ist schon ein bisschen nervig diesen 64 blöcke langen weg zu gehen wenn man nichts sprinten kann aber ich kann ja nichts dagegen also muss ich damit leben so warte das habe ich vergessen ich fall ja immer runter wenn ich hierüber ja gerade ist man hier nicht auf rennt nicht auf einen zylindern wie wenn man das ja ich denke das sagt man so war ja ich muss sie jetzt mir einfach nur merken dass ich von hier nicht runter springen darf sonst sterbe ich so das dauert wieder eine weile eigentlich was ich zu challenge noch hinzufügen würde ist dass ich das ganze auf hart difficulty mache ich denke ich sterbe trotzdem vor hunger nicht also ich bin mir da ja ich denke ich sterbe trotzdem vor hunger nicht erst aber hardcore tut man das ja der difficulty hart macht mehr challenge und das will ich okay neues problem ich kann nichts sehen das ist ein interessantes problem jetzt okay aber es ist wenig zu auffüllen noch das ist wenigstens gut also ich denke ich fülle den container auf okay jetzt ist es ganz dunkel hier das gefällt mir nicht ich kann nichts sehen das dagegen kann ich jetzt nicht viel ich muss irgendwie schaffen licht wieder hinzufügen okay das ist gut jetzt habe ich ein bisschen licht kann ich sehen ob ich das hier fertig gemint habe so das sollte ja jetzt sehr hell und ja dann gehe ich einfach so raus und der tunnel ist fertig also ja ich sterbe zwar gleich vor hunger aber ich arbeite einfach weiter bis ich nicht endlich meine belohnung in form von roten flash bekomme so das gehört wieder blockiert ja und jetzt die spawn plattform während sich die spawn plattform baue könnte ich eigentlich so einen eingang hier machen so und eigentlich das ist klug wenn ich das wasser hier lasse denn jetzt kann ich auch von höheren stellen runter fallen ja genau das heißt ich brauche eigentlich noch hier 12 ich brauche hier solche ähm wasserkanäle die von der spawn plattform zum zur mitte führen weil hier selber die spawn plattform ist ouch hä wieso kriege ich trotzdem schaden ah ich krieg vor hunger schaden also ja ich krieg jetzt vor hunger schaden das ist sehr nervig und sehr schlecht und ich weiß nicht wie viel ich eigentlich dagegen tun kann und sterbe ich vor oh ich 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 so ok das ist also mein erster tod jetzt so zum ersten mal gestorben und zwar vor hunger also das denke ich ist gut dass hard difficulty auch macht dass man vor hunger sterben kann denn jetzt habe ich auch die challenge auf mir ok der rest ist wahrscheinlich hier unten ja äh mein cobblestone ist aber weg wo genau ist mein cobblestone ah hier so so dann dann baue ich einfach weiter ein dev in meinen statistiken warte ich schau sie gleich an da number of devs 1 ok nach drei episoden schon ein tod hätte ich eigentlich erwartet aber es ist auch ein bisschen meine schuld denn ich habe es ja gerade auf hard difficulty gestellt hätte ich es auf normal gelassen wäre ich jetzt nicht tot aber ich denke es ist besser so ist es besser so dass ich bestraft werde boah ähm wenn ich nicht esse ja ja aber das mit der luft ist wirklich schwer zu kontrollieren ich habe jetzt schon schaden bekommen und das macht saturation weg und das will ich nicht aber das wird nicht leicht sein diese zu bauen ich denke ich mache die spawnplattform derweil einfach nur 5x5 und dann später verbessere ich sie auf was besseres also 1 2 3 4 und 5 das ist eigentlich die fertige größe was ich gerade sehe auf der map ist dass sich da ein roter tick gespawnt hat hm ok nein ok das heißt roter ticks können sich hier spawnen das ist nicht gut aber ich denke ich weiß was auf die lösung dagegen wäre und zwar ich werde temporal kurz diesen block auswechseln und hier das hier machen so denn jetzt kann ich noch immer durch aber kein roter tick kann sich hier spawnen wo der roter tick jetzt verschwunden ist habe ich keine ahnung eigentlich das ist eine gute idee ich habe jetzt hier ins sein und muss jetzt nicht zu der leiter gehen um mir luft zu holen das ist klug das ist viel besser so ähm außerdem eigentlich würde ich diese plattform wieder entfernen denn das ist ein fehler von mir diese blöcke äh sollten eigentlich slabs sein also das muss ich entfernen und ja und ich muss wieder cobblestone sammeln also ja dauert alles noch eine weile der roter tick hat wahrscheinlich eigentlich ähm Diamanten gedroppt aber naja jetzt soll ich den auch wirklich suchen gehen äh nein nichts printen nichts printen das darf ich nicht böse soll ich den Diamant jetzt auch wirklich suchen gehen hm ich denke es ist wert ähm dass ich ihn jetzt suchen gehe denn es ist halt ein Diamant und ein Diamant ist viel wert bevor er sich despawnt also liegt hier irgendein Diamant rum nichts nichts überhaupt nichts als hätte er sich despawnt ist es auf dem Gebäude hier ist cobblestone nein scheint so sein dass er sich eigentlich despawnt hat ok na schade dann habe ich diesen Diamanten doch nicht also jetzt habe ich einiges an cobblestone gesammelt habe Leitern ein Sein und eine Torch damit ich was sehe mitgenommen und auch die Slabs äh weil jede Plattform 25 Slabs braucht genau mache ich mir noch mehr bis ich nicht 50 habe genau 50 das werden die Slabs für die Plattform sein das hier gehört alles weg und anstatt dem kommt hier Slabs hin denn äh wie die Mobfarm ach nein aber das hier nicht ähm wie die Mobfarm funktioniert ist äh dass es also die Mobfarm spielt mit der Funktion wie sich Mobs spawnen und äh wie die Mob AI funktioniert also das Grundprinzip von der Mobfarm ist dass sich die äh eben auf diesen Hiveslabs spawnen äh weil es ja volle Blöcke oben sind aber weil die Hiveslabs keine ganzen Blöcke sind ähm werden die Mobs nicht auf den gehen wollen das heißt sie werden zum nächsten vollen Block gehen und für die ist aber eine Traptor äh egal ob offen oder zu ein voller Block worauf man stehen kann und Slabs komischerweise nicht und deswegen wenn die Traptors offen sind werden die einfach in die Traptors gehen und somit auch ähm ähm dann in das Loch fallen also sie werden dann hier in das Wasser fallen und das Wasser wird sich hier in die Mitte führen und die fallen dann insgesamt ganz nach unten ja und dann unten ich hab's jetzt den Fallbereich nicht so groß gemacht also ich hab's so gemacht dass sie am Ende doch noch ein bisschen Leben haben äh ja damit sie nicht ganz tot sind denn zum Beispiel Zombies droppen ihr Eisen nur wenn man äh sie selber getötet hat also die sterben nicht äh also sie droppen kein Eisen äh äh wenn sie nur von Fall Damage gestorben sind so und grundsätzlich will ich alles das hier nicht mit Water-Sys-Blocks gefüllt haben sondern eben nur mit Flowing Water warte ich mach das noch einmal zur Sicherheit damit eben das Wasser dann in die Mitte führt so also es ist nicht äh draußen Nacht geworden ich hab ja Serene Seasons an sondern also man sieht hier es ist alles ah na wahrscheinlich regnet's oder? ja es regnet draußen deswegen ist das etwas dünkler geworden so na dann kommt hier auch die Plattform hin so im Grunde hier 1, 2, 3, 4 und 5 und dann kommt hier sofort schon die Wand also man sieht es ist keine große Mob Farm es ist hier basisch und klein nur damit sich etwas spawnt und damit etwas runter geht 1, 2, 3, 4 und 5 5 ja 5 x 5 Spawn Plattform und zwar 2 damit es dann insgesamt 50 Blöcke sind auf die sich die Mobs dann spawnen kann ja irgendwie kriegt man Water-Currents in den Leather-Block rein wenn man ihn platziert hat man kann das positiv sehen aber auch negativ weil es auch ein bisschen nervt wenn man raus gehen will aus dem R-Block so die Hälfte der Mob Farm ist fertig gebaut ja dann kann ich einfach weiter bauen ich denke wenn der Raum ganz fertig ist dann werde ich das Wasser entfernen äh genau ich kann ja meine Torch als Luft benutzen dann brauche ich diese nervigen Wasserattractor nicht ja das ist nützlich so mache ich es dann so und jetzt gehört hier diese Plattform hin ok ok ja ich brauche noch viel mehr Cobblestone für diese Mob Farm ja was ich auch machen kann ist eigentlich Luft holen von den Hiveslabs ja das ist der beste Trick denke ich so ok jetzt hole ich mir noch mehr Cobblestone für den Rest des Raumes und dann kann ich anfangen die Luft weg zu machen äh ich meine nicht die Luft äh das Wasser weg zu machen ach Regen sieht immer so schön aus in Shader also wirklich Regen sieht so wunderschön aus ich liebe das also ja der der Regen hat aufgehört und ich habe ein bisschen Wasser nein ich spreche wieder nein das muss ich vermeiden ähm ja ich habe jetzt wieder ein bisschen Cobbl weiß nicht ob das genug ist aber ich baue mal das hin und schaue wie viel mir dann über bleibt ja da ist einiges noch hinzubauen ok ja man sieht klar und deutlich dass dieser Stack und ich denke das waren elf oder so Cobblestone sicher nicht genug waren da muss ich noch einiges sammeln ok noch ein bisschen Cobblestone bekommen ja ganz entspannt also mein Hunger geht wieder runter langsam aber ja ich hoffe dass diese Mobfarm im vollen Betrieb ist bevor ich noch einmal verhungere und ich denke ich schaffe das sogar also ich werde mich freuen wenn ich das schaffe so auf der Map sehe ich eigentlich einen Zombie warte eigentlich gehe ich ihn dann jetzt töten damit ich vielleicht rockenflash von ihm kriege ja und hier ist mein Essen von dem ernähre ich mich jetzt so solange ich keine bessere Essensquelle habe wird das leider so sein ja sonst mache ich hier jetzt ein bisschen Luft so die erste Schicht ist einmal schon weg also wieso ich jetzt nicht weitermache ist weil ich mir jetzt die Trapdos hole zuerst bevor sich noch bevor noch die Luft da ist auf dem Boden damit sich eben keine Mobs spawnen also ja ich brauche 4 x 5 Trapdos das heißt 20 Trapdos ähm ich denke man kriegt 2 Trapdos aus 6 Planks oder? äh ich muss genau ins Rezept noch schauen so hier ist mein Holz das heißt ich kriege aus 6 Planks 2 ähm das heißt ich brauche genau 60 Holz äh minus 6 äh sind 52 das kann ich eigentlich ähm so auffüllen so 20 perfekt okay ein bisschen Holz bleibt mir noch über das speicher ich hier das das hier könnte ich noch dann brauchen grundsätzlich ist das sonst alles hier ja dann zurück zum Opfern okay ich habe mich in eine sehr dumme Situation gestellt meine Spitzhacke ist kaputt gegangen aber ich habe meinen Weg auch äh nicht ähm ich habe meinen Weg geschlossen und jetzt muss ich das mit der Faust wieder aufmachen ähm sonst ja sonst komme ich nicht raus sehr blöde Situation aber zum Glück ist die Faust äh in Minecraft so stark dass man sich einfach so rausschlagen kann aber jetzt wenn ich mir ne oh nein jetzt wenn ich mir eine Spitzhacke hole dann werden sich Mobs hier spawnen ah wieso das das habe ich nicht gut genug durchdacht also die hier diese Mobs hier sind kein Problem mehr aber die hier werden ein Problem sein ich denke damit sich keine Skeletons oder so spawnen stelle ich hier auch einfach eine Fackel so aber das hier wird ein Problem sein hier werden sich Mobs spawnen gegen die auch gegen die ich auch kämpfen werden muss hm das ist vielleicht eine gute Idee eine Solid Canning Maschinen zu machen und dann Tinkins daraus machen also mal sehen was ist was sich dort so spawnen wird oh nein Cave Crawler oh du fall auch rein fall rein jaaa ok haha so eigentlich kein so großes Problem wie ich es mir vorgestellt habe naja aber es ist wichtig ähm bei Mobfarm immer das schlimmste äh Resultat sich vorzustellen weil ja es hat eine Chance zu geschehen eben das ist fertig ja ja dann schließe ich das jetzt und baue den Block ab und dem Mobbarm ist funktional das heißt jetzt ähm baue ich mir diesen ein Slap und ja dann kann ich mich unten AFK stellen und es sollten sich haufenweise Mobs spawnen und meine Mobbarm ähm ist eigentlich ab jetzt im Betrieb ich denke eigentlich ich gehe ein bisschen so AFK nun sammeln und sehen was ich raus bekomme aus der Farm und das wäre eigentlich dann alles für diese Episode so hab mir Kakao gemacht und ein bisschen was zu essen und mittlerweile ja hat sich da einiges angesammelt nicht nicht viel anscheinend aber schon etwas aber leider scheinen nicht viele Mobs runtergehen zu wollen was ich interessant finde also ich weiß nicht wieso aber anscheinend haben es die Mobs nicht wirklich gerne runter zu gehen es ist entweder der Grund wieso das so ist dass dieses Eck außerhalb der Simulation Range ist für die meisten von denen was aber auch sein kann ist das einfach irgendeinen Fehler gibt in der mobfarm selber ein zombie hat es runter geschafft okay also ja die mobfarm arbeitet überraschend langsam aber aber was gut ist ist dass ich auch Real Might kriege das heißt ich habe hier Access zu sehr vielen verschiedenen Tools die ganz nützlich sein werden können sonst ja grundsätzlich was auch toll ist ist diese Real Might Pickaxe die kann auch Obsidian zerstören das heißt ich kann auch ähm aus äh Real Might eine Spitzsacke machen ich muss mir jetzt nicht eine Dier-Spitzsacke machen sonst ja sehr langsam arbeitet die Pfam also ich denke ich AFK noch ein bisschen aber grundsätzlich ist das das für heute also ja dann keine Ahnung mal sehen wann ich das nächste Mal wieder aufnehme von dieser Map tschüss